Hallo und willkommen zurück zum C-Sharp-Tutorial. In der letzten Episode haben wir uns ja angeschaut, wie man aus Dateien lesen kann. Heute geht es damit weiter, dass wir uns angucken, wie man Texte in Dateien schreiben kann. Hier seht ihr noch den Code vom letzten Mal. Hier haben wir ja aus Dateien gelesen mit zwei Varianten. Einmal über File direkt und einmal über einen Stream Reader. Und ich sag mal im Prinzip, so ähnlich kann man dann auch in Dateien schreiben. Ich ändere das mal ganz kurz ab. Wir haben hier Read All Lines. Ich mache daraus mal wieder Read All Text und dann speichere ich mir den Text hier mal in einem String ab. Das hier unten mache ich mal weg. Das hier unten brauchen wir eigentlich alles nicht. So und jetzt nehmen wir mal diesen Text und schreiben ihn in eine neue Datei. Und das machen wir folgendermaßen. Im Prinzip genau äquivalent. File.WriteAllText Und jetzt muss hier der Dateifahrt hin. Ich nehme mal den hier, kopiere ihn und füge ihn hier ein. Und sage einfach mal das Wort Test 2.txt. Und dahinter müssen wir natürlich noch angeben, was wir jetzt reinschreiben wollen. Und das ist der Text. So, ihr seht, ich habe ja hier meine Test.txt. Da stehen hier diese drei Zeilen immer noch drin. Und wenn ich das jetzt einmal ausführe, dann sehen wir, dass jetzt eine Test 2.txt existiert, wo der gleiche Text drin steht. Denn wir haben ja im Prinzip Test.txt eingelesen und diesen Text dann in Test 2.txt reingeschrieben. Okay. Das ist wieder die, ich sage mal, einfache Variante, wenn man einfach einen Text hat und den komplett in die Datei reinschreiben will. Das Ganze gibt es natürlich auch wieder theoretisch mit WriteAllLines, aber ich habe das an der Stelle erstmal mit WriteAllText gezeigt, weil das, glaube ich, ein bisschen intuitiver ist beim Schreiben. Es gibt aber natürlich auch die Variante, wieder über einen Stream das Ganze zu machen. Und zwar hat man dann einen StreamWriter. Das mache ich hier unten mal. StreamWr.Wr ist gleich NewStreamWriter. Und da nehme ich jetzt hier auch mal diesen Pfad hier. Nehme aber wieder unsere Test 2.txt, damit ich die Test.txt behalte. Das hier oben mache ich dann mal weg. Nicht vergessen, wir müssen am Ende wieder das Ganze schließen. Ansonsten gibt es Probleme. Also das müssen wir beim StreamReader auch machen. Hier oben braucht man das nicht. Aber sobald man hier so einen StreamWriter oder StreamReader hat, muss man den am Ende schließen. Und dazwischen können wir damit arbeiten. Wir gucken mal, was es so gibt. Und im Prinzip, ich sage mal so, die zwei wichtigsten Funktionen sind wahrscheinlich für euch Write und WriteLine. Mit Write kann man alles Mögliche machen. Also gut, als erstes wird hier ein Boolean vorgeschlagen. Das können wir auch mal ausprobieren. Ich gebe hier mal True ein. Und wenn wir das jetzt ausführen und mal in die Datei gucken, dann seht ihr, dass hier jetzt tatsächlich True drin steht. Aber man kann hier auch alle anderen Datentypen nehmen. Also ich kann auch ein Char nehmen. Und wenn ich darunter dann zum Beispiel noch ein Char schreibe, dann wird das natürlich dran gehängt. Also einmal ausgeführt. Und dann gucken wir. Jetzt steht da AB hintereinander. Oder man nimmt natürlich einfach ganz normale Strings. Also hier steht ein Text. Ausrufezeichen. Ausgeführt. Und jetzt steht das hier in der Datei drin. Alternativ gibt es aber auch, wie gesagt, die Funktion WriteLine. Die macht im Prinzip das gleiche wie Write, nur dass am Ende jetzt hier noch dann ein Zeilenumbruch ist. Also wenn wir das jetzt mal ausführen und jetzt in die Datei schauen, dann steht da genau der gleiche Text drin. Aber ihr seht, ich kann hier unten hinklicken und jetzt haben wir hier eine neue Zeile noch. Das heißt, wenn ich jetzt das hier zweimal mache, dann stehen die Sachen auch tatsächlich in zwei neuen Zeilen. Wenn ich das Ganze nur mit Write mache, einmal ausgeführt, dann stehen die Sachen direkt hintereinander, weil kein Zeilenumbruch gemacht wird. Das ist der einzige Unterschied. Okay. Ich mache mal wieder WriteLine. Und jetzt kann man sich natürlich noch die Frage stellen, naja, man möchte ja nicht immer die Datei überschreiben. Also wir überschreiben hier ja tatsächlich jedes Mal die Datei. Das heißt, der vorherige Inhalt wird gelöscht und ein neuer Inhalt wird reingeschrieben. Das ist nicht immer erwünscht. Manchmal will man auch das, was bereits existiert, behalten und einfach was dran fügen. Zum Beispiel für eine Logging-Datei, wo ihr jedes Mal den Zeitstempel reinschreibt. Aber die alten Zeitstempel sollen dann auch behalten werden oder sowas. Dann soll das am Ende einfach angefügt werden und die anderen Zeilen sollen natürlich bleiben. Man kann jetzt natürlich die Datei einlesen und das eingelesene schreiben und danach das neue schreiben. Das ist aber erstens nicht so schön und zweitens auch nicht performant. Denn man muss es ja tatsächlich einlesen und wieder schreiben. Das wird dann tatsächlich ausgeführt. Man kann aber auch tatsächlich einfach anfügen. Dann muss das, was existiert, auch gar nicht neu geschrieben werden. Und das geht mit dem StreamWriter ziemlich einfach. Wenn wir hier hinten mal einen Komma machen, dann sehen wir, es gibt noch einen Boolean Append. Und der gibt einfach an, ob es angefügt werden soll. Und wenn wir hier True eingeben, dann wird jetzt alles, was neu kommt, hinzugefügt. Also wir probieren es mal aus. Wenn ich jetzt auf Ausführen klicke und dann in die Datei gucke, dann sehen wir, dass beides hier angefügt wurde. Also gut, wir hatten ja vorher ohne Zeilenumbrüche. Das heißt, das hier war das, was vorher drin steht. Dann hat das erste WriteLine noch das hier angefügt mit Zeilenumbruch. Und das zweite WriteLine hat das hier angefügt mit Zeilenumbruch. Und wenn ich das jetzt mal ganz oft ausführe und wir dann mal reingucken, dann seht ihr, es wird einfach immer weiter angefügt. Gut, eine weitere Sache möchte ich euch noch zeigen. Und zwar ist es wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass wenn man hier nach und nach schreibt, ich sag mal, nachdem diese Zeile hier ausgeführt wurde, könnt ihr euch noch nicht darauf verlassen, dass das Ganze auch hier wirklich drin steht. Denn das hat jetzt ein paar interne Gründe. Im Hintergrund wird sowas auch häufig dann erstmal gecached und wird dann, ich sag mal, es wird halt noch nicht direkt geschrieben. Der Zeitpunkt, ab dem wir im Moment sicherstellen können, dass es wirklich in der Datei steht, ist nach dieser Zeile. Das Close sorgt nämlich dafür, dass wirklich jetzt alles, was noch übrig ist, auch wirklich in die Datei reingeschrieben wird und schließt sie dann natürlich. Also das ist so ein Aufräumbefehl. Es gibt aber auch die Möglichkeit, zwischendurch zu sagen, alles, was jetzt noch hier in irgendwelchen Buffern ist, wird jetzt bitte in die Datei geschrieben und erst dann machen wir weiter. Also wir können zum Beispiel sagen, bevor wir jetzt diese Zeile hier ausführen, soll diese Zeile hier erstmal wirklich geschrieben sein. Und das geht mit wr.flush. Jedes Mal, wenn ihr ein Flush ausführt, bedeutet das dann wirklich, dass jetzt alles geschrieben wird. Vor einem Close braucht ihr eigentlich keinen Flush. Wie gesagt, ein Close sorgt intern selbst nochmal dafür, aber ein Flush ist nochmal wirklich die Möglichkeit zu sagen, schreib jetzt alles in die Datei, aber die Datei soll noch nicht geschlossen werden. In den meisten Fällen braucht ihr das eigentlich nicht. Ihr braucht das wirklich nur, wenn ihr sicherstellen müsst, dass das, was ihr schreiben wolltet, jetzt auch wirklich geschrieben ist, aber die Datei noch weiterhin offen bleiben soll. Das wäre ein gutes Beispiel. Stellt euch mal vor, ihr entwickelt einen Editor, der während ihr editiert direkt in die Datei schreiben soll oder so. Dann müsst ihr nach einer Änderung natürlich auch wirklich sicherstellen, dass es in der Datei ist, damit man es von außen auch sieht. Aber die Datei soll ja trotzdem noch geöffnet bleiben, denn man arbeitet ja noch weiter. Aber ihr solltet mit solchen Flasches jetzt nicht übertreiben, also wenn ihr nicht wirklich sicherstellen müsst, dass da irgendwas zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein muss, dann braucht ihr das auch nicht machen. Ich sag mal, es hält euer Programm durchaus auf. Das hat performance-mäßig durchaus Nachteile. Okay, das soll es dann für heute aber auch erst einmal wieder gewesen sein. Falls noch Fragen dazu sein sollten, gerne in die Kommentare damit. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!